so hallo da sind wir ja wieder wir müssen haben paper 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 1 l 1 l 1 ach moment erst heute ist dann und die zwei nehmen wir doch gleich mit das andere kommt dann hinten rein dann machen wir das so dann nehmen wir die zwei gleich mit und schieben die hier in der gleis und gut rangieren dann anschließend aus einfach weil wir es können die drei kommen raus ja was hat der denn schon mal 20 55 40 40 naja gut bloß gleich die weichen hier legen dass ich die leeren holzwagen da reinschieben kann er ist doch zum kotzen mit dem da man dann ja 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 Dann fahren wir weiter vorwärts. So, da müssen wir hin, ne? Und zwar... Ja, genau darüber. Dann schieben wir die da rein. Die Leer nehmen wir mit raus, setzen darüber und dann rangieren wir hier vorne aus, genau. Genau so machen wir das. Bis hierhin ungefähr müsste reichen, ne? Mal gucken. Ah ne, kann ja nicht. Hätte man da auch ein zweites Gleis verwenden können? Äh... Tatsächlich. Die zwei hätten wir da rüberschieben können, ne? Aber ist egal, macht nichts. Und jetzt... ... 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 Hä? Ach so. Ja komm langsam. So schnell brauchen wir nur auch nicht. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So machen wir das. Die setzen wir jetzt da rein, die lernen dahinter, ähm, ja genau, dann fahren wir hinten rum auf die andere Seite, das passt dann. Ah ja, er ist auch rum, wunderbar. Offi! Ich muss mir abgewöhnen, hier an den Weichen schnell zu fahren. Das war jetzt auch schon wieder weit über dem, was wir hätten fahren dürfen. Wir wissen ja, was passiert. Haben wir schon oft genug gehabt. Ja. 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 Wenn man den auf Null stellt, finde ich auch gut, dass der, man hört so, dass der Druck langsam nachgibt und ich einfach dann Null ist. So. Und der kommt los, ne? So, brauchen wir da bloß anklemmen. Zack. So, brauchen wir da. Ich spreche raus, dass wir weitergehen. Wir setzen uns zu uns. Wir setzen uns auf den Vortrag. Wir geben es den Vortrag. So, für den Vortrag. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie gesagt, der Himmel, der gefällt mir nicht. Das mit den Wolken, das gefällt. Das sind zu viele Wolken. Schade, dass man die nicht abstellen oder weniger stellen kann. Sagen wir es so. Weniger. Nicht abstellen brauchen wir ja nicht, aber weniger wäre schon nicht schlecht. So, wie sehen wir denn hier überhaupt aus mit Rangiererei? Okay, also da brauchen wir gar nicht rangieren. Da auch nicht. Da müssen wir die drei raus. Müssen wir hinten gucken, ob wir da auch was rausholen müssen. Na, schauen wir mal. Ah ja, kommen wir noch hin. Hinten um der Ecke sieht auch nicht so aus, als wenn wir rangieren müssten. Ja, nur die hier. Ne, hätte ich doch weniger die. Naja, okay. Mal bloß gucken, ob wir da wohin müssen. Mal bloß gucken, ob wir da wohin müssen. P1, P2, das könnte hinten um die Ecke sein, ne? Hier ist nicht P.O. Hier war nicht P.O. Ja. P.O. Ja gut, dann ist P.O. hinten. Dann müssen wir erstmal hier die drei rausholen. Da ist auch noch ein. Ah, zwei müssen raus. Hier ist P.O., ne? Drei sogar. Oh, okay. Hier muss auch nochmal rum. Zack. 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 Das stimmt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, etwas langsamer bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist jetzt doof. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Glück gehabt, dass mir das noch eingefallen ist mit der Weiche. Naja, manchmal muss man einfach ein bisschen Glück haben. Das war's. Das war's aber auch schon. Und noch die drei. Und noch die drei rüber. Und noch die drei rüber. Das war's. Die sind alle. Die sind alle. Schaffen wir das. Schaffen wir das. Schaffen wir das. Wenn ich jetzt einfach. Wenn ich jetzt einfach stehen bleiben. Und noch mal. Das war's. 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 nicht. Das war's. 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 Und hier hinten, muss ich einfach hingehen und Handbremse anziehen, ne? Wenn die da vorknallen. Zack. Haha. Pumpe läuft nicht? Was wollte ich gerade sagen? Wird doch gelacht, wenn meine Pumpe nicht läuft. Wird doch gelacht, wenn meine Pumpe nicht läuft. Ich bin gerade am überlegen, warum die leer sind. Und warum die Kohle... Ja, die hab ich doch hier rüber geschoben. Dann hab ich doch aus dem Gleis... Die hab ich doch hier rein und dann hab ich aus dem Gleis die Wagen da rüber getan. Warum sind diese Kohlewagen da hinten? Ah, manchmal, ne? Manchmal sollte man sich selber überfragen. Einfach nur so, weil man's kann. Ja. 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 Ich möchte die... ... pulpootwagen vorne haben so ist einfach so so und ob ich das schaff aufzuspringen ging ja besser als ich dachte so noch haben wir hochkohle kohle wasser ich kann die ganze zu hochschieben ist doch egal wir haben erst 13 30 und wir sind schon hinten bis hinten am ende haben auf dem ganzen stück alles fertig eigentlich natürlich so so Hier sind wir durch. Hier sind wir durch. Keine Personenzug, nein, den will ich erst komplett reparieren lassen, vorher fährt er mir nicht raus. So, keine Chance, hey, denk dran, nicht so schnell, die Weichen hier sind eng. Okay. So. Vielen Dank. Ich glaube schon von alleine stehen. Und er kommt auch alleine zurück. Ich glaube schon von alleine stehen. Da hat sich auch noch etwas bewegt. Lass mich mal sehen, wenn wir die Bremse drauf machen. Ach, das ist der Hebel für die Bremse. Achten wir mal drauf. Das ist wahrscheinlich der Zylinder. Der wird jetzt zufallen. Ja, jetzt fällt er zu. Jetzt kriegt er wieder Druck. Jetzt geht er auch. Ja, ich finde das cool hier an den, ne? Das hat sich da so viel bewegt. An dem ganzen Zug. Oh, das wird, das wird nicht einfach. Das wird ein langer Zug. Ach, den können wir doch durchfahren lassen. Den haben wir doch, glaube ich, im Schuppen. Für im Lockschuppen. Wenn ich mich richtig erinnere. Mit der 5. Was hatten wir mit der 5 vorgehabt? Da war doch auch irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Hatten wir die hochgeschickt zum... Äh, wie heißt das? Ja, ich muss noch ein bisschen Gas geben. Ich glaube, ja, ne? Die ist aber ab zweiteres gut. Da müssen wir ja auch hängen. Nicht wahr. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. So. Da fahren wir jetzt zum Wasserturm. Das brauchen wir nicht. Ich muss mal eben gucken. Die 5. Was hatten wir mit der 5? Ach, da oben hatten wir die. Ja, genau. So, dann hatten wir die 3. Hier vorne. Genau. Die ist aber auch noch nicht so weit. Ne. Das dauert aber auch mit dem Holz, ne? Ist. Ah, 404. Fehlerseite. Naja, 4004. So, und die hatten wir zum Schwuppen geschickt, ne? Genau. Ach, gucke mal. Da ist er auch schon. Die 5 haben wir, die 3 haben wir geguckt. Dann bleiben wir bei der 6. Wasser und Kohle, ja, Wasser vor allen Dingen. Aber Kohle können wir auch voll machen. Einen Wagen haben wir, glaube ich, bestellt, ne? Ja. Der müsste bestellt sein. Der kommt morgen. Die haben nichts zu tun. Momentan. 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 Das ist doch noch ein Kohlheil. Der Turm ist feuer, ja, ist das schön. Und wir müssen dann nach Graham Court gehen. Hier hin. Rodo, haben wir nichts stehen? Wenn wir soweit sind, dann müssen wir da hin. Ja, bin gespannt, wann das Programm aktualisiert wird. Wann alle aktualisiert werden. Dass wir ein paar Sachen, ein paar Sachen möchte ich doch schon wieder aktiv haben. Ansonsten haben wir nichts zu tun. Das ist alles fertig. Wir müssen auf das Holz warten. Was auch immer. Was auch immer. Vielen Dank. Vielen Dank. Hm? Wieso pumpt der nicht auf? Ah, jetzt wang, wang. Ja, weil ich zu weit rausgelassen habe. Ich habe zu viel Luft rausgelassen. Ich bin jetzt hier. Ach, hier bin ich, ja gut. Ja, ja, so ist das. Ja gut, heute haben wir eine Folge, die war ein bisschen in Ruhe. Ja, das schafft man doch nicht mal. Oh je, oh je, oh je, oh je. Wenn der voll ist, würde ich sagen, mache ich alles fertig und dann sehen wir uns in Rodo wieder. Quatsch. Graham Country, jetzt habe ich den Namen. Ich habe ihn noch nicht gesehen gehabt, dann ist er mir eingefallen. So. So. So, auf geht's. Gut, und wir sehen uns an der Weichrunde wieder. Bis gleich. So, wir sind angekommen. Jetzt stellen wir nur die Wagen hier hin. Und dann fahren wir weiter. So. 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 schon fleißig gearbeitet guckt mal ja ja da haben wir wieder noch mit den weichen ja Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich bin zu dick. Wenn da so ein klein bisschen in die Kurve steht, kommst du denn nicht rein? Dann kommst du da nicht rein. So, rückwärts. 25. Können wir auch 30 angeben, ne? Okay, wir treffen uns unten, wenn wir wieder zusammenbauen. Bis gleich. Ja, jetzt müssen wir immer so häppchenweise fahren. Ist halt so. So, da sind wir wieder. Ach so. Ich schnappe mal uns die beiden Wagen. Waren vor, weil das ganze Stück hat doch ganz schön an Wasser gezerrt. Und das werde ich nachher brauchen. Mein Plan sieht wie folgt aus. Ich fahre jetzt noch hoch zur Kohlmühne. Also vorne auf die Ecke. Und, ähm... Ich werde erstmal hier Wasser nehmen. Dann fahren wir zur Kohlmühne. Und... Da wir ja jetzt schon 53 haben, würde ich sagen... Das hat er, das haben die auch kaputt gemacht, ne? Dass er jetzt anhängt. Sollte er eigentlich auch nicht machen. Aber... Nur wer... Egal. So. Ach guck mal, den muss ich auch mitnehmen. Dann können wir den auch raus ran führen. Na, der war mal zu... Anfang, wo wir reingefahren sind, nicht, ne? Ist egal, dann nehmen wir den noch mit. Wenn das so ist, dann fahre ich lieber... Und guck mir das an, ob der bei... Ähm... 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 Ne? Weißt, was ich mein? Ob er den auch mitnehmen kann. Ähm... Die heißt es da... Park Service, genau. Und den Park Service, ob wir den auch mitnehmen müssen. Ja, kommt doch was zusammen an so an. Oh, das wird schwer. Das wird ne große Herausforderung. Ja, genau. Und dann werde ich... Mit euch... Fahren... Bis nach... Wittir. Und fahren wir runter nach Wittir. Mit dem ganzen Kohlenzug. Die komplette Strecke mit euch zusammen. Weil das wird... Das wird lustig. Ich habe jetzt bestimmt in Dings auch ein paar Wagen zum rausholen. Möchte ich fast für wetten. Möchte ich fast für wetten. Okay, wir brauchen bloß Wasser. Ich setze mich mal hier hin. Na, wir brauchen nur Wasser. Das mache ich noch voll. Ja, also da braucht er jetzt auch nicht mal bei sein. Dann fahre ich hoch. Und wenn ich den Zug an der Kohlenmiele zusammengesetzt habe, dann beginnt die neue Aufnahme. Würde ich einfach mal behaupten. Und dann gucken wir mal. Weil wir haben ja jetzt schon fast 1000 Tonnen. Und da haben wir ja auch noch mal richtig Kohle und Erz und weiß der Deibel alle stehen. Und dann gucken wir mal, was die Lok kann. Weil das wird nicht einfach. Also das ist, denke ich mal, auch für das Schätzchen nicht ganz so einfach. Und da fahren wir dann durch bis Wittier. Und dann können wir uns mal angucken, was die so an Leistung hat. Das Schätzchen. Gut. Und bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Und nächste Folge wird richtig spannend. Für mich. Hoffe ich. Also okay. Bis dahin. Macht es gut. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.